Eine hochinteressante London-Reise. Wir haben Gespräche geführt mit Wirtschaftsvertretern, mit Unternehmern, die hier in London tätig sind, aber aus Bayern kommen. Wir haben Gespräche geführt mit Craig Hans, dem Handelsminister. Ganz wichtig, wir versuchen wieder das Handelsvolumen unserer beiden Staaten nach vorne zu bringen. Mit Studenten, Austausch war super und es ging halt auch um Themen, wie wir denn Skilled Workers für Praktika usw. hierher bekommen können. Es geht einfach um die Zusammenarbeit. Wir werden den Dialog sehr gerne fortsetzen, beeindruckende Menschen kennengelernt, aber auch beeindruckende Gespräche geführt. Wir waren sehr gerne hier.